Alfa Tauri wurde 2006 von Red Bull unter dem Namen Scuderia Toro Rosso gegründet, um Red Bulls Nachwuchsfahrern eine Möglichkeit zu geben, das Hauptteam Red Bull Racing zu erreichen. So konnte Red Bull in derselben Saison mit vier Fahrern antreten. Seit 2010 arbeiten sie unabhängig und haben ihre eigenen Boliden, die im italienischen Verein zu entworfen und gebaut werden. 2020 verschaffte Pierre Gasly in Monza dem Team seinen zweiten Sieg insgesamt. Den ersten und die einzige Pole Position gab es 2008 ebenfalls in Monza und mit dem jungen Superstar Sebastian Vettel am Steuer. Ja.